Halt mir gegrüßt da draußen! Mein Senf zu! Heute? Das ist ein kleiner Horde Trooper und zwar ist der von Funko und zwar diese kleineren Funkos und den finde ich richtig toll den gibt es mittlerweile für einen 10er stellenweise bei Amazon zu kaufen schaut euch den mal an wirklich toll also mir gefällt der richtig gut und den würde ich euch auch mal empfehlen wenn ihr da Bock drauf habt holt euch den der macht sich prima im Regal ja also ein kleiner Horde Trooper ich finde von den Proportionen es ist so wie es ist aber es sieht schön aus was sagt ihr zu der Figur? schreibt es doch mal in die Kommentare würdet ihr euch sowas holen oder ist das eher nichts für euch? also ich manchmal bin ich für sowas auch zu haben ok da jetzt eine gute Zeit für euch da draußen bleibt mir gesund und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder vielleicht auch zum nächsten mein Senf zu also bis dann tschüss und bleibt mir gesund tschüss 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 Vielen Dank.